Christian Lindner, unser Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, hat es mal gesagt. Eine Liste auf den Weg gebracht all der schönen, insbesondere grünen Verbote, die wir haben. Und wissen Sie, was das Schlimme daran ist? Woche für Woche kommen weitere Verbote von Seiten der Grünen hinzu. Verbot von Plastiktüten, Verbot von Heizpilzen, Verbot von Stand-by-Funktionen bei Elektrogeräten, Verbot von Fleisch an bestimmten Tagen, Verbot von Süßigkeitenwerbung, also auch Lakritzwerbung, Verbot von Zigarettenwerbung, Antaktuell, Verbot von Ponywerbung. All das, was nicht in die Ideologie der Grünen hineinpasst, soll verboten werden. Diesen Tugendwächtern dürfen wir keinen Freiraum lassen, liebe Freundinnen und Freunde.